Ginter und Ilkay Gündoğan, 1-0 für Deutschland. Ein ganz überlegter Abschluss von Ilkay Gündoğan. Entsprungen der Pariser Kombination, dann bleibt Ginter hartnäckig, behält den Überblick und Gündoğan behält die Ruhe mit ganz viel Gefühl. Und da reicht die Körperlänge von Jan Sommer nicht. Platziert die Führung für die deutsche Mannschaft. Vierzehnte, Spiegelunter, das erste Tor für Uberschracht. Das Team mit dem Spielarbeiter Nummer 21. In Spanien. Der vorletzte Pass, der wir schon bei der Ofis heute. Die Luftwärme für's, ihr wartungsgericht. Das Abschluss Mỹ für's, ihr wartungsgericht, wo er die Führung mehr so hat und es aber auch besser ist. Es ist hier, verschiedene Führung, Vielen Dank.